Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Heroes of the Storm Lien allein in der Schnellsuche, an meiner Seite ist die Antania und ich gucke jetzt erstmal, absolviere 8 Spiele Ich muss eins gewinnen, soll ich einen Kelters nehmen? Ich nehme mal einen Schlag da, den ich mir mit dem mal warm machen kann Ja Was gebe zu erzählen? Lien allein in der Schnellsuche, wie gesagt, an meiner Seite ist die Antania Ein paar von euch wissen ja, Antania ist meine Freundin, die sitzt aktuell bei uns im Wohnzimmer und zockt von da aus Und ich bin, wie ihr wisst, in der Männerzockzentrale im Keller Und, äh, ja Gucken wir mal, wie es wird Wir wollten eigentlich Heldenliga zusammenspielen, aber dann ist sie leider rausgeflogen Und deswegen haben wir hier den Desirateur-Buff Aber das macht nichts Wie gesagt, ich spiele den Schlag da, einfach mal, um damit ein bisschen warm zu werden Mich damit mal ein bisschen Angst zu freunden Denn, wie gesagt, der Antania spielt USA Und, äh, wir haben noch eine Rennung Nova, Karasim und Sylvanas dabei Wir spielen gegen Serratul, Karasim, Sylvanas, Diablo, Walla Ja, in der Schnellsuche ist immer so ein bisschen Mirror-mäßig unterwegs Beide Teams haben eine Sylvanas, beide Teams haben Karasim, beide Teams haben Stealtha Wir haben eine Nova, Gegner haben Serratul Und der weitere Unterschied ist, dass wir keinen Tank haben Dafür haben wir mich als Schlagter Dafür haben wir mehr oder weniger zwei Ähm, Heiler Die Tore öffnen sich in zehn Sekunden 5, 4, 3, 2, 1 Wir haben Nova, Karasim, Sylvanas, Iusse, deschlagte gegen Serratul, Karasim, Sylvanas, Diablo, Walla Wie gesagt Schauen wir mal Finde ich nicht so cool, dass ich hier auf den Tank einschlage Das war ein bisschen greedy von mir Aber ich wollte auch unbedingt einen Kill holen, ne? Ah, unsere Nova scheint nichts zu killen, dann geh ich mal kurz dahin Ich hoffe, ihr seid bereit Ah, wie low die alle sind Dutsch, lol Dutsch, lol So, schon mal einen abgeholt hier. Oha. Nein Alter, was ist das für ein Typ, Junge GG oder was Ja, okay, GG Karazim ist hier unten alleine an der Pflanze, Junge Immer dasselbe mit denen, ey Alter, stirbt der jetzt an der Pflanze? Ne, okay Block mich nicht Da komm ich ins Alter Will er mich Junge Das ist doch echt nicht sein Ernst Ja, jetzt nimmt er das, ne? Worauf wartet Kein Ungeheuer lebt ewig Da Euer Ungeheuer ist zum Leben erwacht Erntet mit ihm die Leichen eurer Gegner Der wird zukünftig die Radice Alter, muss ich mit der Pflanze noch mitkämpfen, weil sonst nichts geht, ne? Hammerhart 20 Sekunden habe ich noch Oh, die Pflanze ist gleich laun Das ist wahrer Mut Sooo Der Karazim Ich bin jetzt alleine in der Tropfsteinhöhle Alter, der Karazim, ne? Das ist echt krass Na gut, probieren wir's Es ist sehr risky, was hier passiert Aber probieren wir's Was ist denn da, Alter? Du kommst ja wohl mit klar, Junge Alter, ein paar Mops, Junge Bald schon wird es Nacht sein, Helden Vergess nicht Sehr gut Tötet die Unkrautler und ergattert ihre Samen Versuch mir den Seratul zu schnappen Ah, leeren Gefängnis Hat er Glück gehabt So, jetzt machen wir hier schön die Dinger Ah, leeren Gefängnis So Ah, leeren Gefängnis Ja, sorry, aber Grefox Please follow my interactions WISH FLUISH Ah, er ist eh gleich tot, 8 Sekunden, vielleicht, vielleicht kann er nochmal eine stellen. Alter, Alter, oh Mann, ey, da hat nur ein Shield oder ein Heal oder irgendwas gefehlt, ey. Oh. Wer, Spieler, Plugi, oh, unsere Nova. Ah, meine Ulti ist auch raus. Alter, was macht der Karasim da? Ja. Genau so. Puh, bist du wieder zu. Jetzt zurück in die Arbeit. Die Nacht bricht erneuter ein. Bald werden sich die Unkrautler wieder erheben. Kommt schon. Alter Support. Sylvana macht Mops, okay. Nova ist ein Bot, Junge. Ja, oder? Ist mittlerweile ein echter Spieler, aber er weiß es nicht. Wow. Ein Level Engine. schön. Ja. Ja. Das war's für heute. Ah, wir haben auch wieder zu wenig Schaden, Alter. Das ist, äh, hart. Nova ist AFK, Junge. Ich bin der einzige DD. Unsere Sylvanas, die kannst du nicht mitzählen, ne? Die macht ja nichts. Ja, tschüss. Drei tot, äh, Noob Sylvanas nimmt Pflanze und, äh, einziger Überlebender sind Usa und Kara sind. Aber ich verstehe auch nicht, äh, oh, da muss ich eigentlich hin. So. Dann treffen wir erstmal Flink hier. Die muss auch mal ein bisschen Fleisch einsammeln. Äh, ich hoffe mal, dass sie sich da oben nicht opfern. Ich muss Fleisch haben. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ah. Nein, das ist E-R2. Kill it. Kill it. Oh Gott. Seid ihr bereit, euch zu vergnügen? Sehr gut. Ich kann schon mal an mit dem. Das ist gut. Das ist wahrer Mut. Ihr habt genug Samen. Das Ungeheuer wechselt. Schlachtet sie alle. Ich muss weiter. Ich gehe weg, hol die Pflanze. Zeit für die Ernte. Erweckt mein Ungeheuer zum Leben. Hervorragend! Macht euch auf den Weg und reißt die Force eurer Gegner nieder! Sie dürfen eure Zitadelle nicht angreifen! Ich gehe weg. Warum sterben alle? Nein! Mein bildschönes Ungeheuer ist verwebt! Anscheinend habt ihr eine weitere Nacht überlebt. Schön. Erbaulich. Guten Job. Und jetzt hole ich die direkt nochmal. Das wären dann genug Samen. Lasst mein Ungeheuer heranwachsen. Uff, ihr Bass. Ja, ist doch schon... Ist doch noch nicht da, Junge. Erweckt mein Ungeheuer zum Leben. Ausgezeichnet. Das Ungeheuer wird eurem Gegner den Lebenssatz beziehen. Guys, was soll man dazu sagen? So, ich mach jetzt erstmal hier Top fertig. Ja, 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 Diablo. Du bist ganz schön schnucklig, hör mal. Ich mach die Splade wie alles andere hier aus. Zack, okay, Ultimate. Komm, wenigstens ist das eine Ding hier. Okay, alles klar. Ah, Dreck. Der Blutrausch hat sein Ende gefunden. Ah, da nix zu holen. Wurde aufgrund von Inaktivität aus dem Spiel entfernt. Okay. Es scheint, ein Held sei aus Furcht geflohen. Ah, wir spielen auch die ganze Zeit 4 gegen 5, ne. Muss man halt auch dazu sagen. Ey, ist nicht down gegangen, ne. Hart. Irgendwie alle gefokust, direkt. Ah, ne Bot Nova ist total useless, ne. Keine echt gespielte Nova. Kannst vergessen. Alter, chase nicht. Okay. Ja, schön epic fail. Ja, try, but, eh, wenn ich bin, weglaufe, heile ich mich nicht mehr. Run gleich tot. Da wär's Support schön gewesen. Hier von Sylvanas zum Beispiel. Boah, ist das anstrengend. Die Sylvanas ist so schlecht, weißt du. Am Anfang ist sie beim Team dabei, wo am Anfang von Sylvanas der Job ist, alleine auf einer Lane Druck zu machen. Da ist sie beim Team. Aber später, ne, wenn sie beim Team sein soll, dann macht sie ihr Solo-Ding. Oh, Mann. Ja, seid mir nicht böse, aber Sylvanas hilft dem Team einfach nicht. Oh, Mann. Mann. Oh, Mann. Ey, das sind solche Noobs, Junge. Oh. Okay, bleibe ich halt stehen. Das ist laut. Oh, mein Gott. Egal, ich muss ein bisschen Fleisch einsammeln. Alter, komm zurück, Junge. Hört nicht, ne? Ja, down. In like. Ich kann einem die Worte, Junge. Der ist so schlecht, der Typ. Ohne Witz. Und unsere Nova ebenso. Aber die fliegt ja die ganze Zeit raus. Die kann wahrscheinlich nicht mal was dafür. Oh, da ist ja noch einer. Aber da ist ja noch was. Gut. Das war's für heute. Nein! Dreck! Die Nova und die Sylvanas, kannst du in der Pfeife rauchen, Junge, echt! Blutrausch! Eure Zitadelle wird angegriffen. Die Nacht ist erneuterei. Bald werden sich die Unkaufler wieder ergeben. Alter, wieso platzen die die ganze Zeit? Die Unkrautler erheben sich erneut! Befreit meine Damen! Ah, mehr oder weniger nicht komplett, aber die nächste Pflanze könnte entscheiden. Und die haben die vor uns. Ja, ist doch gut! Mach dir doch nicht in die Hose, Junge! Wenn du helfen würdest, dann hätten wir die Pflanze hier in der Zeit tot. Der Gegner züchtet ein Ungarn! Die Sonne geht auf. Für den Augenblick müssen meine Kinder rum. Alter! Alter! Ach, kommt schon, Guys! Oh Mann! Ja, Seratul holt euch jetzt alle ab und dann war's das. Oh Mann, ey! Nee! Das gegnerische Ungeheuer ist nun nichts weiter als verdorrte Blätter! Seratul hier! Oh, gut Job! Gut Job! Ah, ich weiß nicht. Vielleicht war ich an der Stelle auch einfach zu greedy, aber ich hab Waller auf jeden Fall gekriegt und ich hätte eventuell auch noch Seratul gekriegt, wenn ich ein bisschen Hilfe gehabt hätte. Aber... Soak. Stabbus. Wыеherr? Alter! Was macht die Nova, Junge? Pennt er wieder? Oh Mann, Junge! Lassen die wegkommen mit 5%! Ja! Nö, da gehen wir nicht hinterher! Oh Mann, ist das am Schwenk! Boah, da hast du aber mehr Glück als Verstand gehabt, aber wenigstens mal einen mitgenommen! Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Tötet die Unkrautler und ergattert ihre Samen! Ich bin 9 mal gestorben, weil ich permanent allein gelassen werde! Die Unkrautler erheben sich! Er schlagt sie und sammelt ihre Samen! Das sind genug Samen! Lasst jetzt mein Ungeheuer heranwachsen! Weißt du, wenn die mal helfen würden, Alter, dann hätten wir das Ding auch locker down, bis das der uns angreift! Ey, ihr seht das ja auf der Karte! Aber ne! DIV! 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 Alter, schaffen wir das? Ne, schaffen wir nicht! Schaffen wir nicht! Weißt du, Alter! Wir dürfen eure Tita-Demomera, euer Ohn, Geheim, mein Kahn! Es gefällt mir! Alter! Hilfe, Alter! Zwei Sagen vor, zwei Sagen zurück, Junge. Ja, harte Absprache, Phil. Und meiner Meinung nach, Sylvana, also Nova war eh nicht existent. Die ist ja die ganze Zeit rausgeflogen. Also wir haben eh ohne Nova gespielt. Das schon mal vorab. Wir haben ohne Nova gespielt. Und Karasim hat auch nur sein Ding gemacht und Sylvanas auch. Da kannst du nichts machen, ne? Hier, check the talents, ich hoffe euch hat es gefallen, peace out. Wahrscheinlich kommt jetzt Heldenliga.